Hallo und willkommen zu einer Folge, einer weiteren, einer neuen Folge, oder wie ihr das sehen möchtet, einer neuen Folge von Medieval Dynasty. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dabei zu sein, wie unser Dorf wächst und schöner wird. Ja, ich weiß noch, ich habe gesagt, ich bleibe hier unten stehen, um hier die Zäune mal dran zu machen und auch ein bisschen Farmarbeit heute zu tätigen. Und das werden wir dann auch tun. Da fangen wir einfach mit an, nehmen wir unseren Hammer und hauen einfach mal fröhlich drauf los. Würde ich mal sagen. Ich habe gerade gesehen, dass wir auch den Schuppen da hinten nochmal mit Leben machen müssen. Dann hält er ein bisschen besser. Wir haben ja Frühling, ich habe noch gar nicht, wir müssen da noch ins Dorf laufen. Das machen wir auch noch, wir müssen ja noch unsere doofen Steuern bezahlen. Aber was muss, das muss ja leider Gottes, ne? Wir werden aber nicht mehr so viele Lappenzeunde machen, weil die sind echt auf Bretter. Wir werden auch mal ein paar wieder aus Stöckern machen. Was ja auch nett aussieht. Aber hier müssen wir jetzt bei diesem bleiben, weil es besser ist. Ne, das ist das, was habe ich da jetzt hier für doofzeiten gemacht. Ich kann auch nicht mit mir auf dem Feld gehen, ey. Oder ich fange erst hier an, wie das aussieht. Dann ist hier oben wenigstens noch ein Löchlein zum Reingehen. Ich denke, das ist vertretbar. So, dann kann man hier noch rein ins Feld. Und ich mache hier noch die Straße weg. Da läuft er weg. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist besser. Das ist besser. Das ist zu klein. Dann lassen wir das, glaube ich, so. Fehlt hier ein Stück Feld, aber. muss man das mal so lassen ist nicht perfekt aber so hat wie es gewollt natürlich kann wir ja gleich hierher bauen so das auch mal eben so keine bretter mehr muss ich neue bretter holen wenn wir doch haben baby brett 30 stück ein paar stückchen mit ein paar zwei drei zwei drei zwei ich glaube hier unten lassen wir offen dann kommt der nochmal weg da mache ich dann irgendwas anderes hier machen wir hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe mich nicht mehr gesehen, ich habe ihn nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn nicht mehr gesehen. So ein Mist. Das reicht ja nicht. Machen wir noch hier welche. So ein Mist. So ein Mist. So, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Hier lasse ich mir noch irgendwie was einfallen. Hier sieht es ja auch ein bisschen doof aus, aber das kann man im Moment nicht ändern. Hier ist jetzt auch so nichts. Da haben wir auch eine kleine Sitzfläche oder sowas. Ja, und hier werden wir dann auch noch... Ach ja, hier muss ich ja noch... Hier gibt es Wund, dann kann man ja hier... ...dannoyen... 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 schlafen dann gucken wir mal was wir am nächsten tag alles so anstellen was wir auch dringend brauchen hier sind lampen warum trefft ihr euch in wasser wollen wir sitzen wollte ich kann noch mal was trinken so dass wir schon wieder wach wird sowas zum knabbern hier probier mal dank aus weiß ich zu schützen habe ich das jetzt noch dankeschön bitte danke frau was ob die hoge mein liebster es ist echt weit der hier jetzt aussieht wenn ich kann ich das noch immer wieder um ändern es ist es ist es es so ich glaube das reicht erst mal ein zäunchen setzen aber das gefällt mir nichts das was so halb offen ist wir gucken wie ich das ich noch mal schauen stock lehrgewerbe stein leine gar nicht so feuer dinger machen das machen wir uns dunkel ist dann sieht man das besser so da machen wir noch ein bisschen dick im dorf kohle 8000 haben wir haben ein bisschen technisch halten können ein bisschen deco So Blumenkübel 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 die keine anderen teppich wird das hatte ich ja nicht gesucht das ist ja nicht gesucht dax für zu pech ist mir aber zu eigentlich zu klein ich wollte auch nicht bären oder muss verlaufen sind größer auf dem boden aber bestellen die gibt es noch nicht der wolfsbrot 1000 glaube ich genügend technologie na gut dann müssen wir damit im auskommen was wir jetzt geholt haben so Der kleine Zetteltausche ist auch hier. Zetteltausche oder Gürteltasche? Na, oder gar nichts. Warten wir lieber noch mit ab. Gut, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Wir müssen noch ein bisschen haben für uns. Sagen wir mal, die Verwaltung haben wir ein bisschen was geändert. Wir haben da was zugenommen. Mal Sattel, mal Schuhe, mal Stumpf, das können wir alles noch nicht machen. Wir haben uns zwar freigeschaltet, aber das geht ja noch nicht. Ich hatte... Was hatte ich denn aufgemacht? Hä? Sattelschuhe, Wollstumpf, Wollstumf, 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 Wollstumf. Ich brauche nur noch scharfe, ey. Küche hat mit den Beerenbräern gemacht. Aber der hat jetzt... Ich glaube, ich habe gar keinen Beeren. Wir haben auch keinen Frühling. Da. Kein Material. Gut. Das andere. Das ist auch noch kein Material. Ja, dann haben wir ja soweit hier. Alles klar. Dann holen wir uns mal ein paar Blödscher. Ein paar Steinchen. Das wissen wir hier. Nein, die brauchen wir jetzt hier nicht. So, da brauchen wir ein paar Steine. Blumen. Das machen wir, glaube ich, erst mal draußen, bevor wir dran machen. Wenn irgendwie nicht die Sonne da war. Das machen wir, glaube ich. 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 Untertitelung. 28 was wir da überhaupt von außen dico hinstellen können weil das alles so uneben ist kann es sein dass es gar nicht dass wir das gar nicht können aber probieren geht über studieren oder es ist es 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 Das sieht nicht so aus, als dürften wir irgendwas hier stellen in dem Garten. Sehr schade. Das ist wahrscheinlich mit den anderen genauso. Wir laufen einfach weiter. Ich denke, da muss man was besonderes für einschauen lassen, dass wir da ein bisschen Demo hinkriegen. Hier vielleicht. Ja, hier können wir ein bisschen was machen. Wir müssen da auch was für den Zaun. Nee, in der Mainz auch mal anders sieht schön aus. In den Lundkästen hat man ja eigentlich auch nur so vorm Haus. Kannst du mich auch so tragen? Oh, das ist ein Schiff. Ich habe keine Toys. Am ich froh? Oder einfach ungeladen? Não. Das ist ein Schiff. Und das ist ein Sieg. Das ist ein Schiff. Wir schauen Leute, dass wir die Neue in der Hand nehmen können. Okay, okay, schiefes Englösen, der ist so modern, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Okay, wir machen aber jetzt erst hier an dieser Stelle Feierabend, das wird mir sonst so lang, wir machen in der nächsten Folge weiter, machen wir hier mit dem Zaun weiter, beziehungsweise nach dem Tag, ja, wir machen hier auf jeden Fall weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich habe mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr immer tatkräftig mich unterstützt, würde mich auch freuen, dass ihr weiter damit macht und immer sagt, wenn mal was verkehrt ist oder wenn ihr mal was anderes haben möchtet, ja, liken, kommentieren und abonnieren, fände ich auch toll, wenn ihr das machen würdet und ja, einfach so sehen wir uns in der nächsten Folge, ganz schnell, tschüss, bis dahin. Alles Gute, Tammy, ciao.